Und jetzt hier bei mir im Backstage Axel Tischer, sehr erfahrener Kämpfer, bist schon lange in der Szene. Heute dein Debüt hier in der Catch Factory, direkt gewonnen. Wie war der Kampf? Wie geht's dir jetzt? Ja, mir geht's gut, natürlich, weil mein Kampf war erfolgreich. Das erste Mal hier in der Catch Factory und war eine schöne Erfahrung, wie du es gesagt hast. Bin ich seit gestern hier, bin erfahren und das erste Mal in der Catch Factory. Das erste Mal ist immer was Besonderes und dann natürlich wieder nach Hause gehen mit einem Sieg gegen Pater Maniva. Ich denke mal, das kann man so zeigen, oder? Das kann man auf jeden Fall so zeigen. Apropos zeigen, Leon von Gastergan hat gemeint, du würdest dich ihm nicht zeigen, du würdest ihm ein wenig aus dem Weg gehen. Und für den Contester Number One Spot am 27.01., da hätte er zum Beispiel Lust, da mit dir in den Ring zu steigen. Was sagst du dazu? Herausforderung angenommen. Hey, Leon, lass mich direkt zu dir sprechen, weil ich weiß, du schaust dir das an. Ich denke, du bist heiß, die Frittenfett endlich mal einen internationalen Superstar im Ring zu begegnen. Ich geh dir aus dem Weg. Hey, es war schon mal ein Match zwischen uns beiden hier in der Catch Factory angesagt. Konnte ich leider nicht wahrnehmen. Hatte mich verletzt, weil wenn man viel tourt und viel wrestelt, dann ist man mehr in dem Risiko, dass auch da, wo gehobelt wird, Späne fallen. Nichtsdestotrotz, mein lieber Leon, ich weiß ganz genau, wie du denkst. Und ich hab auch gehört, dass du sagst, ja, der Tischer, ja, der geht mir aus dem Weg. Nein, ich geh dir nicht aus dem Weg. Ich bin in dem Business hier schon eine ganze Weile drin. Ich hab schon so viel gewonnen. Ich arbeite hart, ich trainiere ständig 24, 7, 365 Tage im Jahr. Und nur weil ich dir wahrscheinlich aus dem Weg gehe, heißt das nicht, dass ich Angst vor dir habe. Ich bin einfach nur da, wo du nicht bist und wo du nicht hinkommst. Aber ich, ich komme am 27.01.2024 wieder hierher in die Catch Factory. Und dann, mein Freund, begegnen wir uns. Und glaube mir, ich komme aus Dresden. Und ich komme auch gern wieder nach Leipzig. Auch wenn Leipzig vielleicht nicht so schön ist wie Dresden. Aber das ist egal. Ich bring auch gern den Müllsack mit. Nichtsdestotrotz, Leo, komm vorbei. Sei da. Wichtig, sei vorbereitet. Denn Axel Tischer wird wieder in der Catch Factory antreten und kämpfen und siegen.